Warte, Bruder, schmeiß die mal kurz raus. Geh mal kurz raus, bitte. Warum sind Frauen immer so nervig, ja? Hä? Ihr habt uns eingeladen. Wallah, ich hab dich nicht eingeladen. Barello bestimmt. Barello. Hamza. Wallah, nein. Und warum sind sie nervig? Weil wir freundlich Hallo sagen? Geh doch mal kurz raus, bitte. Ja, ich geh raus jetzt. Mit so unspaltigen Leuten will ich auch gar nicht chillen. Ja, dann geh ich halt. Ciao. Hamza. Ja, Achi. Warum redest du so eine Scheiße? Ich verstehe dich nicht. Du kennst dich doch gar nicht. Beruhig dich, Bruder. Guck mal, wir haben Abends. Beruhig dich, Habibi. Ich will mich nicht mit dir streiten. Feier. Feier. Was? Hamza, du bist stark, du bist stark. Hä? Du bist stark, Bruder. Du bist stark. Du bist stark im Kuchen. Scheiße. Was labert der, was redet der, was sagt der da? Wallah, was sagt der? Lass mich nicht von ihm hetzen, Bruder. Nein, Bruder, ich lass mich nicht hetzen. Der hat mir so ein Screenshot von dir gezeigt, ja? Bruder, was willst du von mir? Lass mich mal in Ruhe, ja? Ich kenn dich nicht mal, Wallah. Ja, deswegen frage ich mich ja, warum du dann über mich redest. Wallah, ich rede nicht über dich. Warum will ich über dich reden? Wer bist du, dass ich über mich rede? Doch, doch, doch. Er hat über dich geredet. Warte mal, meinst du das wirklich ernst gerade? Ich? Nein, der da unten. Willst du dich mit mir messen oder willst du dich mit mir anlegen? Tja, Bruder, wenn du über mich redest, dann ja. Bruder, ich will mich nicht mit dir anlegen, weil ich weiß, wie ich drauf bin, Wallah. Ich würde dir raten, dich auch nicht mit mir anzulegen. Ach so, also willst du mich jetzt bedrohen oder was? Nein, Wallah, nein. Ich will dich nicht bedrohen. Ich will einfach nur meine Ruhe. Ich will Frieden. Guck mal, ich rech dir sogar meine Hand, weil Wallah, ich weiß, was ich mit dir anstellen kann. Was denn? Bruder, ich fress dich auf. Wallah, bringt dich um. Wahyat, der Koran. Weißt du, wer ich bin? Mautum. Aber weißt du, wer ich bin? Ich bin ein libanesischer Kurde. Du legst dich gerade mit einem libanesischen Kurden an. Es hat ja nichts damit zu tun, wenn du über... Egal, wer über mich redet... Ich sage dir doch, Wallah, ich schwöre auf diesen Koran, ich habe nicht über dich geredet. Warum soll ich über dich reden, Bruder? Ich habe über dich nicht geredet. Ich schwöre auf diesen Koran, ich habe nicht über dich geredet. Guck mal. Marello, was ist dann dieser Screenshot, was du mir geschickt hast? Doch, doch. Marello, sei mal ehrlich, habe ich wirklich über ihn geredet? Über wen? Marello, sag die Wahrheit. Über ihn? Über ihn habe ich über ihn geredet. Ich meine, ich meine... Sag Wahrheit, Marello. Sag die Wahrheit. Wallah, wenn du die Wahrheit sagst, du bist ein Mann in meinen Augen. Wallah. Ich meine doch nicht an den. Du hast über jemand anderen geredet. Er hat sich verwechselt. Was? Er hat sich selber verwechselt mit einem anderen. Ich meine doch nicht den. Du hast über einen anderen geredet, aber egal. Marello macht Fütner. Er macht Fütner. Siehst du, Bruder? Wallah, ich habe nicht über dich geredet, Yasal. Warum soll ich über dich reden, Yasal. Du kommst hier rein und hörst auf Barello, weil er die Screenshot tickt sehr nahm. Du hörst auf ihn, dass ich über dich geredet habe, Bruder. Barello, ich habe eine Frage. Wallah, ich sehe dich zum ersten Mal, Bruder. Wallah. Einer meinte mir, du kriegst rote Fangen. Stimmt das? Yasal, wie alt bist du? Ich bin 18, Bruder. Du? Okay, ich lache immer. Nein, Bruder, übermorgen. Barello, hack mal Plus in Schiebschambürf. Wenn ich aggressiv werde, mein Gesicht sieht dann so gestresst aus. Ich mag das gar nicht, ja. Okay, komm, wir machen jetzt Match. Wer verliert, muss Käppi abmachen. Komm. Bruder, warum tust du mir das an, ja? Bruder, wer die wenigsten Punkte hat, muss das machen. Bruder, warum tust du mir das an? Ja, dann im Ami, gewinnt. Warum tust du mir das an, Bruder? Womit habe ich mir das verdient jetzt? Was machst du, wenn du verlierst? Bart rasieren. Okay. Nein, nein, ich bin nicht dabei, ja. Da bin ich wirklich raus. Lass andere Strafe machen. Ja, komm. Ey, wieso? Seid doch selbstbewusst. Wallah, hat nichts damit zu tun. Hamza, mach mal keinen Scheiß jetzt. Wallah, Bruder. Aber ich habe so, ich mache, diese Strafe ist ein bisschen zu viel, Bruder, Wallah. Mach andere Strafe. Ich mache Liegestütze, wenn du willst, wenn ich verliere. Nein, okay, warte, nein, 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 nein. Wenn du verlierst, wenn du verlierst, trinkst du zehn Zutaten. Wir dürfen entscheiden, was da reinkommt. Nein, 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 nein. Niemals, Bruder. Ja, wie? Bruder, warum bist du so gemeint für mich, ja? Ja, okay, fünf Zutaten. Komm. Komm. Albanitos. Oh. Du siehst stabil aus. Woher kommst du? Aus Dortmund. Warte, hast du da was zu sagen? Was redest du da? Nein, du siehst so aus. Das ist egal, hör mal auf jetzt. Hör mal auf, diese Fitna zu machen. Tut mir leid. Hier schreibt einer, was meinen die damit? Verlierer zeigt AMG-Schlüsse. Verlierer zeigt AMG-Schlüsse. Amit müssen geklärt werden, mit dir und mit Hansa, okay? Ja, wo seid ihr? Hansa, warte auf dich, komm. Wie geht's dir, Bruder? Ich glaube, du bist gut. Ja, Hamza. Tu mal Hamid rein. Wie heißt der? Timo, wa? Ah, hier, Hamid, komm. Schuh, Hamid. Assalamu alaikum. Aleikum salam. Ich hab doch bei Insta geschrieben, freut mich, Salamu alaikum. Guck mal, wie die sich freuen, die Zeit gelobten. Ist das jetzt dein Account, diese neue? Ich hab ausgeliehen von einem Freund von mir. Timo, ey? Ayua. Ayua, Bruder, ich bin dir gefolgt, okay? Habibi. Ich glaube, ich stehe auch. Ja, ich bin dir gefolgt, okay? Komm, wir machen match. Barello, du bist ein Mein Team. Okay. Ay, Barello, ja. Molgashlange. Hamza, wie geht's? Molgashlange, ich bin dir gefolgt. Was? Kennst du die Molgashlange? Nein. Warum lachst du? Warum lachst du? Er kennt eiskalt die Molgashlange nicht, ja? Ich bin mir gefolgt, ich bin mir gefolgt. Ich bin mir gefolgt, ich bin mir gefolgt. Was ist los? Ja, wie ist das jetzt? Was ist los? Hier sind Kinder drin. Okay. Warum beleidigst du, ja, Ahmad? Oh Allah, die ganze Zeit beleidigen hier. Ja, lies nicht vor. Scheiß auf die, bei mir auch die ganze Zeit. Scheiß drauf. Oder nicht Elternbeleidigen. Und die Giovanni, danke. Alle Giovanni, die ihre Mann freuen. Was ist jetzt los? Ich bin ein Problem. Das ist alles. Wir brauchen einig, Herr. Barhelo, hol mal jemanden. Geben. 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 Hallo. Hallo. Ich lebe. Oh, das ist wahr. Ja, war? Barhelo. Hey du, Blonde, Blondine, mach mal so einmal. Wie bitte? Mach mal so. Warum? Wie sag ich, warum? Ich weiß es nicht. Warum nennst du mich einmal Blondine? Ich nenne dich doch auch nicht einfach Rotbart. Ohohoho. Ich hab Spaß gemacht, Blondine, ich hab Spaß gemacht. Ich hab einfach beleidigen, Ars. Ist das eine Beleidigung, hä? Was ist denn ein Rotbart? Schlimm, rote Bärte sind doch nichts Schlimmes. Das ist nicht rot, das ist blond. Der sieht rötlich aus, aber ist doch gut, der Prophet hatte doch auch einen roten Bart, wo ist das Problem? Der ist blond. Hellblond. Sieht rot aus, von hier aus. Ja, ist doch jetzt okay. Chill, Maja. Vielleicht gleich Dankeschön. Kala Lupe. Was geht ab? Kannst du wieder rausgehen, bitte? Nö, jetzt bleib ich hier. Sie ist aggressiv. Du bist voll aggressiv. Hä, ich bin voll nett, ich bin voll nett. Ich hab ganz freundlich Hallo gesagt, du warst ganz unfreundlich gewesen. Wenn Barello sagt, geh mal raus, dann geh mal raus. Also ich muss wirklich sagen, geh mal raus. Oh. Also. Mach mal nicht so mit deinem Foto. Ich finde wirklich, du bist sehr aggressiv. Findest du? Wallah, du passt hier nicht rein. Geh mal raus. Ja. Ich bin doch. Wir machen hier Männerstream. Geh mal raus. Ich bin richtig aggressiv. Sie habt uns aber eingeladen. Nein, hab ich nicht. Kannst du bitte rausgehen? Nö, jetzt bleib ich hier. Jetzt müsst ihr gehen, wenn ihr gehen wollt. Ihr habt mich eingeladen. Amin. Was war noch? Ja. Okay, jetzt müssen wir doch raus. Danke. Die sagt, jetzt müssen wir wirklich raus. Wallah, die hat so eine nervige Stimme gehabt. Wallah. Hamza, du bist stabil als Hamid. Bin ich ehrlich. Warum sind die Frauen immer so aggressiv hier? Die denken, die können einen Menschen runtermachen oder sich über andere Menschen lustig machen. Wallah, wenn ein Mensch kein Selbstbewusstsein besitzt. Alter, der tut mir so leid. Ich war auf Koran. Hier, wenn er live kommt und so. Fertig gemacht wird und so. Es gibt es Menschen, die tun sich dann was Schlimmes an oder so? Wallah. Wache, lo. Wache, lo. Wache, lo. Wache, linha.